Ich war ganz neidisch auf deine Stimme eben, Karo. Meine Güte, kannst du schön singen hier vorne und dabei so abrocken. Ich wünschte, ich könnte mich so bewegen, während ich singe. Also herzlich willkommen zu unserem Kinogottesdienst. Schön, dass ihr hier seid. Und ich versuche manchmal jetzt beim Predigen so ein bisschen zu bewegen. Wir haben uns in den letzten Wochen über das Herz unterhalten. Und ich weiß nicht, wie es euch Männern so geht, wenn wir über das Herz reden. Also ich sag mal so, ich denke immer, das ist so ein Frauenthema. Das Herz, die ganzen Lieder im Radio oder so. Das, was man immer so hört, das wird irgendwie so ein bisschen schnulzig. Wir alle wissen, dass es ein Herz gibt, das physische Herz. Und wenn da was nicht in Ordnung ist, dann gehen wir zum Arzt und lassen das durchchecken. Das wissen wir. Aber ich hoffe, wir haben in den letzten Wochen gehört, dass es auch ein Herz gibt, das im Grunde jetzt nicht nur unser physisches Herz ist, sondern ein Herz, was man auch als das Zentrum unseres Lebens bezeichnen könnte. Und das haben wir alle, Männer und Frauen, gleichermaßen. Nämlich, es ist das in uns, das irgendwie auch mitschwingt, so bei allem, was wir so erleben. An guten Dingen und an schlechten Dingen. Wir haben ein Herz. Also für diejenigen, die es bisher noch nicht so richtig mitbekommen haben, auch die Männer, die haben ein Herz. Es ist, worüber die ganzen Dichter ihre Gedichte schreiben, worüber die Musiker ihre Musik schreiben. Es ist das, was wir alle gespürt haben, als wenn wir in der sechsten Klasse auf einmal gehört haben, ich will einfach nur dein Freund sein oder deine Freundin sein. Oder was wir, wenn wir schon Eltern sind, wenn wir auf dem Fußballplatz zum ersten Mal unsere Jungs haben Kicken sehen und auf einmal merkt man, das ist ja was ganz Besonderes, was da passiert. Man sieht auf einmal da so ein Nachkömmling, das ein Tor schießt oder nicht. Und dann merkt man, boah, da bewegt sich doch irgendwie als Eltern etwas. Es gibt diesen Spruch, den wir über diese Serie geschrieben haben, aus den Sprüchen in der Bibel, der heißt, Sprüche 4, Vers 23, Mehr als alles andere behüte dein Herz es, denn aus ihm kommt das Leben. Pass auf dein Herz auf, denn aus deinem Herzen heraus kommt das Leben. Beziehungen entstehen im Herzen. Die Guten und die Schlechten. Und wenn was kaputt geht in Beziehungen, dann hat das auch was mit unserem Herzen zu tun. Dann wird ein Herz zerbrochen. Life can be hard on the heart, für die Englischsprecher unter uns. Das Leben kann hart sein zum Herzen. Und ob wir es nun wahrhaben wollen oder nicht, und selbst die Taffsten unter uns, die so ein richtig dickes Fell aufgebaut haben, im Laufe ihres Lebens, weil sie eben schon mal Verletzungen erlebt haben, die wissen auch, dass das mit dem Herzen, dass das ganz schön wehtun kann und schmerzen kann. Heute, zum Abschluss dieser Serie, möchten wir über den letzten Feind des Herzens sprechen. Enemies of the Heart. Wir wollen über das Thema Neid sprechen. In den letzten Wochen haben wir über Schuld, Wut und Gier gesprochen. Und heute möchte ich mit euch einen Augenblick über das Thema Neid nachdenken. Und als ich mich vorbereitet habe für diesen Gottesdienst, habe ich mal Revue passieren lassen, reflektiert, wie häufig denn mir Menschen schon gebeichtet haben, dass sie ein Problem mit Neid haben. Ich bin jetzt schon eine ganze Reihe von Jahren Pastor und habe viel seelsorgerliche Gespräche schon im Laufe der Jahre gehabt. Wir haben zwar nicht so einen Beichtstuhl, wo die Leute hinkommen, aber ich habe da so einen Sessel im Büro oder in einem Café oder auf der Parkbank. Ich habe schon eine ganze Reihe von Beichten gehört. Aber ich muss feststellen, als ich damals das Revue passieren lassen habe, dass noch nie einer zu mir gekommen ist und gesagt hat, Chris, mein großes Problem ist Neid. Hat noch nie einer gebeichtet. So, heute mein großes Angebot. Nach dem Gottesdienst, wir bauen hier irgendwo eine Beichtbox auf. Es ist nicht so leicht, über Neid zu sprechen. Und dann habe ich gedacht, ich fange am besten an, darüber zu sprechen, einfach worüber ich neidisch bin. Ich heute Morgen reingelaufen bin und den Paco seit einigen Monaten wieder gesehen habe und seine Haare bewundert habe. Paco, deine Haare. Also erstmal habe ich dir gesagt, dass du zum Friseur musst, als ich dich gesehen habe heute Morgen. Aber das habe ich natürlich aus der inneren Haltung heraus gesagt, dass du viel mehr Haare hast als ich auf dem Kopf. Bei mir wird das lichter. Alle Männer mit der vollen Haarpracht. Und dann, als ich bei Google eingegeben habe, Neid, wollte ich mal gucken, was für Bilder tauchen auf. Und eines der ersten Bilder, das aufgetaucht ist, ist das Bild hier von... Eines der ersten Bilder, was auftaucht, ist dieses Bild hier von zwei Kindern, die in recht fortgeschrittenem Alter schon ein Smartphone vor sich haben und wer irgendwie Kinder im Schulalter hat, der weiß, was für ein Handy man so hat, das ist schon extrem wichtig. Und dann habe ich mal überlegt, ob das nicht tatsächlich auch bei mir ein Einfallstor in mein Herz ist, wenn es um Neid geht. Mein Telefon. Und was ich mir so anschaue auf dem Telefon. Die meisten von euch, die irgendwie so ein Smartphone haben, und ich gehe davon aus, dass wir so fast bei 100% liegen inzwischen. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Einsiedler hier unter uns, der auf das alles verzichtet. Aber die meisten von uns haben irgendwie so ein Smartphone. Und auf diesem Smartphone wahrscheinlich auch mehrere Apps, die uns irgendwie einen Zugang zu Social Media ermöglichen. Also entweder zu Facebook oder zu Instagram oder wie die anderen alle heißen. Also das sind die zwei, die ich nutze. Facebook und Instagram. Und wenn ich mal Revue passieren lasse, wie ich manchmal da sitze und so durchscolle und mir Bilder anschaue und sehe, wie toll das Leben von anderen Menschen ist. Also irgendwie alle haben so ein irretolles Leben. Und ich weiß nicht, ob das immer nur an diesen tollen Filtern liegt, die inzwischen über die ganzen Bilder, die man so schießt, die man da drüberlegen kann. Und alles sieht immer so wahnsinnig spannend aus, wenn ich auf Social Media unterwegs bin. Irgendwo, wo Leute essen gehen, was wie so auf dem Tisch. Und wie das sieht irgendwie immer viel leckerer aus, als das, was ich so zu essen kriege. Oder, und das ist kein, das ist jetzt, oh, meine Frau, wo ist die, ich hoffe, die hat das nicht gehört. Und die Urlaube, die Leute aus ihren Urlauben, was ich da für Bilder sehe von den Inseln und den Palmen und dem Wasser, das ist ja der absolute Wahnsinn, wo ihr alle so Urlaub macht. Vorhin habe ich gehört von Michael und von der Monika auf Griechenland wart. Ihr Mensch, würde ich gerne mal wieder auf Griechenland gehen. Und ich habe einfach mal Revue passieren lassen und festgestellt, ja, wahrscheinlich, ganz häufig drücke ich, gefällt mir. Und es gefällt mir. Oder ich gebe ein Herz, bei Instagram gibt man so ein Herz. Und man denkt sich, boah, andere, die haben so ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles, tolles und spannendes und aufregendes Leben. Ich weiß nicht, ist irgendjemand von euch auch schon mal so gegangen, dass ihr irgendwas gesehen habt? Irgendwie hat das viel mit unserem Sehen zu tun. Neid hat viel mit dem zu tun, was wir sehen. Und tolle Urlaube, Autos, Häuser, Boote, was auch immer Leute so alles posten, Kaffees. Man sieht das und man denkt sich, boah, das ist irgendwie großartig. Einige von euch haben mitbekommen, dass ich in den letzten paar Wochen einiges unterwegs war und nicht hier bei euch sein konnte. Und tatsächlich, ich habe nachgerechnet, ich war im letzten Monat auf 30 verschiedenen Flugzeugen. Ich habe auf 30 verschiedenen Maschinen gesessen, um irgendwo hinzufliegen. Also ich habe im Grunde so eine ganze Tournee hinter mir. Und ich sage euch was, wenn ich mein Handy nehmen würde, wo ist mein Handy hier? Und ich hätte in den letzten Wochen auf Instagram oder auf Facebook Bilder geteilt, dann wären einige von euch ganz schön neidisch geworden. Denn ich habe hier ein paar Bilder drauf von unglaublich schönen Orten und schönen Städten, in denen ich war. Tatsächlich, wahrscheinlich in jeder Stadt, in der ich war, habe ich ein Bild genommen, das wirklich toll aussieht. Und wenn ihr mir gefolgt werdet auf den Social Medias, dann hättet ihr gesagt, boah, der Chris, was hat der für ein tolles Leben. Jettet da durch die Welt und überall an diesen tollen Orten, trifft diese tollen Menschen und nimmt diese tollen Bilder. Was muss das aufregend und spannend sein? Aber ich kann euch jetzt mal ganz ehrlich sagen, dass 30 Flüge, es ätzend. Es ist ätzend. Und so spannend, dass es vielleicht für den einen oder anderen noch ist, zum Flughafen zu fahren und mal wegzufliegen oder so. Wenn man das zwei, drei, vier, fünfmal gemacht hat und dann hintereinander, irgendwann wird das extrem ermüdend. Und jetzt müsst ihr euch noch vorstellen, dass ich tatsächlich, ich habe auch über meine Kreditkarte, habe ich so einen Zugang zu den Lounges. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einer Lounge war, am Flughafen. Ich weiß, früher bin ich da immer vorbeigelaufen und dachte, boah, da dürfen nur die VIPs rein, die erfolgreichen Geschäftsleute, die haben Zugang zu den Lounges. Nun, ich habe auch so einen Zugang. Und im letzten Monat war ich nicht nur auf 30 Flugzeugen, sondern ich bin auch in 30 Lounges reingelaufen. Und jetzt denkt man ja, das ist irgendwie so ein Fünf-Sterne-Buffet, was da auf einen wartet. Ich kann euch verraten, zumindest in den Lounges, in denen ich war. Kennt ihr das Essen, das ihr bekommt, wenn ihr im Flugzeug sitzt und die kommen dann mit diesen Pappschachteln vorbei? Okay, wenn ihr in eine Lounge reinlauft, dann bekommt ihr im Grunde genau das gleiche Essen, nur diesmal eben nicht in der Pappschachtel, sondern die tun es in so eine Schale rein. Und das ist vielleicht beim ersten Mal noch ganz spannend. Du darfst dir auch Getränke aussuchen, so wie im Flugzeug eben auch, wenn einer mit einem Wegelchen vorbeikommt, darfst dir lauter Getränke aussuchen. In der Lounge ist es auch so, du darfst dir irgendwas zu trinken holen, was du da hast. Aber wenn du das einmal gemacht hast und dann hast du es nochmal gemacht und dann hast du es irgendwann am Ende 30 Mal gemacht, dann gibt es nichts, was ätzender ist als eine Lounge. So, nächstes Mal, wenn ihr am Flughafen vorbeilauft und seht, wie da einige entschwinden da, bitte erinnert euch an meine Geschichte und davon, dass ich euch aus erster Hand berichten kann, das ist alles gar nicht so spannend. Und selbst wenn ich Bilder posten würde aus der ganzen Welt, dann ist es doch am Ende sehr ermüdend, wenn du morgens irgendwo aufwachst und überhaupt keine Ahnung hast, in welcher Stadt bist du eigentlich gerade. Ich habe angefangen dann Fotos zu nehmen von meinem Hotelzimmer, weil ich mir überhaupt nicht mehr merken konnte, was meine Nummer ist. Ich stand ein paar Mal mit meinem Chip irgendwo an so einem Hotelzimmer und bin nicht reingekommen und dachte mir, das gibt es doch gar nicht, hier war ich doch. Das war doch die Nummer, die ich mir gestern gemerkt hatte. Dann war es doch irgendwie nicht die Nummer. Es gibt so eine Kehrseite von dem, wie wir das Leben so wahrnehmen und was wir auch so sehen. Und ich möchte euch, wenn ich jetzt gleich hineingehe und ein bisschen was aus der Bibel herausblättert zu dem Thema Neid, möchte ich, dass ihr innerlich durchgeht. Was ist eigentlich das Thema, wo ihr neidisch drauf werdet? Wenn ihr mal drüber nachdenkt in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, vielleicht besonders, wenn es bei euch gerade schwierig wurde oder wenn ihr irgendetwas anderes gesehen habt von anderen, wo ist bei euch innerlich dieses Gefühl von Neid hochgekommen? Jetzt möchte ich mit euch einsteigen in einen Text aus der Bibel und zwar aus dem Jakobusbrief. Im Jakobusbrief, Kapitel 4, wird eine ganz interessante Frage gestellt. Übrigens, Jakobus ist der Bruder von unserem Herrn Jesus. Also, der hat quasi einen sehr berühmten Mann als Bruder gehabt. Und wenn er etwas aufschreibt, dann ist das doch irgendwie jemand, der, ich sag mal, aus erster Quelle doch einiges an Weisheit mitgenommen hat. Und dann in Kapitel 4, Jakobus Kapitel 4, stellt er eine Frage und diese Frage leitet uns im Grunde rein in das Thema und in das, worüber wir heute nachdenken. Und zwar stellt er die Frage, woher kommt eigentlich Streit? Woher kommt eigentlich Krieg unter euch Menschen? Er adressiert das ja an Menschen, an ganz bestimmte Menschen damals und fragt sie, sag mal, hast du schon mal darüber nachgedacht, wo eigentlich der Streit herkommt so in deinem Leben? Wenn du irgendwie im Zwischenmenschlichen mit anderen Menschen anfängst, dich zu streiten, auseinanderzusetzen, die Fetzen fliegen? Hast du schon mal darüber nachgedacht, woher das eigentlich kommt, dass ihr euch streitet? Oder wenn was zu Bruch geht in der Beziehung? Oder wenn jemand durch eine Scheidung durchgeht? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum passiert das eigentlich, dass Menschen sich trennen? Warum passiert das eigentlich, dass Menschen, die vorher ganz eng zusammen waren und sich gut miteinander verstanden haben, auf einmal kommt da etwas hinein und etwas geht kaputt und Menschen werden sogar zu Erzfeinden, die vorher so ganz nah beieinander waren und alles war so harmonisch miteinander. Woher kommt der Streit zwischen uns? Jetzt könnten wir sagen, der Streit im Großen, also dass im Grunde Länder miteinander in den Krieg reingehen, aber auch der Streit zwischen Einzelnen, zwischen Mann und Frau oder zwischen zwei Freunden, die miteinander befreundet waren lange Zeit. Woher kommt das, dass das auf einmal der Streit ist? Jakobus antwortet auf diese Frage, die er im Grunde rhetorisch stellt, mit folgender Aussage. Kommt es nicht daher, dass ihr in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt es nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt es nicht. Ihr streitet und kämpft. Jakobus würde dir die Frage nach dem Streit und nach dem Unfrieden zwischen Menschen wie folgt beantworten. Er würde sagen, dass da etwas in euch drin ist. Und ich mache jetzt mal die Klammer auf. Etwas in eurem Herzen ist. In dem Zentrum eures Daseins als Menschen. Was im Grunde zu diesem Streit nach außen hin führt. Da gibt es etwas in euch, was am Kämpfen ist. Da gibt es Begierden, da gibt es Gelüste, dieses alte Wort. Da gibt es Sehnsüchte, da gibt es diesen Drang in euch. Und dieser Drang führt dazu, dass ihr begierig seid und dass ihr etwas haben wollt, was ihr nicht bekommt. Und das führt dann dazu, dass ihr mordet und neidet und dass ihr nichts davon bekommt. Ihr streitet und kämpft nach außen. Jakobus würde mit anderen Worten sagen, eure externen Konflikte, die ihr mit anderen Menschen habt, resultieren immer aus euren internen Konflikten. Und um das in einem Bild zu zeigen, habe ich euch mitgebracht, das Bild von einem Vulkan, und zwar vom Kilimanjaro. Diese Woche hat mir ein Freund, der gerade dort eine Tournee gehabt hat oder ein Fahrradrennen gemacht hat, hat mir ein Bild geschickt von diesem tollen Vulkan in Afrika, in Tansania, dem Kilimanjaro. Einige von euch waren vielleicht schon mal da, ich weiß, einige sind den sogar bestiegen. Ein ganz toller Berg, an der Grenze zu Kenia liegt er. Meistens laufen Elefanten drumherum und Giraffen, also richtig im Wildlife, und da ist dieser wunderschöne Vulkan. Und eigentlich von außen ist das ja ein Naturspektakel, ein Naturereignis, ein wunderschön anzusehender Vulkan. Menschen reisen aus der ganzen Welt hin, um sich den anzuschauen oder den sogar zu besteigen. Aber jeder weiß, der sich so ein bisschen damit beschäftigt, dass ein Vulkan eigentlich lebensgefährlich ist. Denn wenn ein Vulkan anfängt zu brodeln und auszubrechen, dann vernichtet er alles, was um ihn herum ist. Die Lavamasse ist so ziemlich das Gefährlichste, was es gibt als Naturspektakel. Wenn sie im Grunde ein Dorf erfasst, ist das Dorf ausgelöscht. Jakobus würde sagen, ein Vulkan ist ein gutes Bild für euch Menschen und für euer Herz. Erstmal sieht das alles von außen her ganz in Ordnung aus, sogar schön aus, ein netter Mensch. Aber wehe dem, dass der Vulkan ausbricht. Wehe dem, dass die Lavamasse auf einmal anfängt so sehr zu brodeln, dass sie nach außen hin schwappt. Auf einmal wird sie alles vernichten. Ist euch schon mal aufgefallen oder habt ihr schon mal den Kopf darüber gekratzt, dass auf einmal jemand im Grunde aus heiterem Rimmel einen Wutausbruch hat oder anfängt, um sich zu schlagen oder Menschen zu beschimpfen und man fragt sich, wo kommt das her? Was ist da gerade passiert? Das ist doch ein netter Mensch. Warum wird er auf einmal so bösartig und verbalisiert das auch noch? Jakobus würde sagen, weil es da etwas in ihm gibt, in seinem Herzen, das permanent im Grunde auch am Brodeln ist. Und manche lernen es dann im Grunde schön brav zu konditionieren, dass es nicht so häufig ausbricht. Das bringt uns dann hoffentlich unser Elternhaus bei oder die Lehrer, die müssen das dann ausbügeln, wenn die Eltern das nicht richtig hinkriegen oder irgendwann die Chefs oder die Arbeitgeber oder die Kollegen, die helfen dann einem dabei. Aber irgendwie, so würde Jakobus sagen, haben wir alle dieses Gift oder diese Lavamasse in uns drin. Es sind die Begierden und die Gelüste unseres Herzens, die nicht von außen kommen, sondern von innen. Zurück zu den Konflikten. Wie viele habe ich schon gehört von Menschen, die mir erklärt haben, wo der Streit herkommt. Und ich sage mal, zu 95 Prozent höre ich Erklärungen daher, wo der Streit kommt, immer von extern. Streit kommt ja, weil der oder diejenige das gesagt hat. Oder der oder diejenige hat das gemacht. Und deswegen haben wir Streit. Ich höre fast nie, dass einer sagt, ja, das ist im Herzen, da will jemand was haben, was er nicht bekommt. Denn so würde ich das Ganze zusammenfassen, das Grundproblem des Menschen laut Jakobus, Grundproblem des Menschen, ich bekomme nicht das, was ich will. Und damit sind wir im Grunde genau in diesem Thema Neid drin. Neid als eine Wurzel unserer äußeren Konflikte, die in unserem Herzen entsteht. Ich möchte etwas haben, ich möchte etwas sein, was ich nicht bin und was ich nicht habe. Und das entsteht hier in meinem Herzen. Das ist in erster Linie gar nichts Externes, sondern es ist im Kern etwas Internes in mir drin. und da liegt der Hund begraben. Da ist, wo wir daran arbeiten müssen. Da ist, worüber wir heute sprechen müssen. Und deswegen ist für mich dieses Thema, sich über das Herz Gedanken zu machen, auch so ein Männerthema, nachdem ich eben gesagt habe, es kommt mir so ein bisschen weiblich vor, ist für mich, über das Herz zu sprechen, tatsächlich ein Thema, wo wir extrem viel Mut brauchen, auch der Realität, unserer eigenen Realität ins Gesicht zu schauen und zu sagen, ja, da ist etwas in mir drin, was manchmal im Grunde schlecht ist, was giftig ist, was so impulsiv ist oder so gefährlich ist, wie Lavastrom, der ausbrechen kann. Nämlich, dass ich in mir drin auch immer wieder dieses Gefühl trage oder diese Gedanken trage, ich bekomme nicht das, was ich eigentlich verdient habe. Wenn ich mir andere anschaue, dann bekommen die irgendwie etwas anderes als das, was sie verdient haben und ich bekomme nicht das, was ich verdient habe. Nun, ich möchte noch eine Ebene tiefer nehmen und mit euch eine Beispielgeschichte aus der Bibel anschauen und zwar aus dem Alten Testament. Im Alten Testament tatsächlich die erste Geschichte, von der wir lesen, wo es um Neid geht und was das anrichtet zwischen Menschen, ist die erste Geschichte, nachdem Adam und Eva aus dem Paradies rausgeflogen sind. Die erste Geschichte, die uns im Grunde beschreibt, wie hier der Zustand auf der Welt ist, nämlich, dass da auch etwas Böses ist im Menschen, ist die Geschichte in Genesis Kapitel 4, im vierten Kapitel der Bibel, im vierten Kapitel der Bibel, die Geschichte von Kain und Abel. Ich lese sie uns mal vor. Genesis Kapitel 4. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie war schwanger. Da seht ihr, das ist ein uralter Text. Das ist so. Und Adam erkannte Eva und sie war schwanger. Alles klar. Also die hatten Sex miteinander und sie wurde schwanger. Das ist was eigentlich hier drin steht. Und dann kam daraus Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar Eva Abel seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Bei dieser Geschichte möchte ich mal kurz stehen bleiben und euch im Grunde dieses Bild vor Augen zeichnen. Da ist eine junge Familie, Mann und Frau, die Kinder miteinander haben und zwar zwei Söhne, Kain und Abel. Kain wird zunächst geboren, nee, erst wird Abel geboren und dann wird, Moment, siehst du, ihr lest gut mit. Also, erst wird der eine geboren und dann wird der andere geboren. Und dann heißt es, dass die beiden groß werden, also durch ihre Teenage-Jahre hindurch kommen und zwei komplett unterschiedliche Berufe im Grunde erlernen oder betätigen. Der eine wird Schäfer, Abel wird Schäfer, das heißt, er kümmert sich als Hirte um die Schafe. Und der andere, der kümmert sich um den Ackerbau. Kain kümmert sich um den Ackerbau und wird ein Ackermann. Und dann heißt es, dass aber nach einiger Zeit, dass der Herr, dass beide anfingen, ein Opfer zu bringen, also der eine aus der Herde heraus, dass er hinging und ein Opfer brachte für Gott und der andere ging hin und opferte etwas von seiner Ernte, die er eingefahren hat. Also sie bringen zwei unterschiedliche Opfer. Und jetzt steht da dieser Satz drin, hier in diesem alten Text, davon, dass der Herr nur das eine Opfer gnädig ansah, aber nicht das andere. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Jetzt weiß ich, ob ihr die Geschichte schon mal gelesen habt oder euch schon mal Gedanken darüber gemacht habt, was passiert denn eigentlich da in dieser Geschichte, dass Gott das Opfer des einen gnädig anschaut und das Opfer des anderen nicht gnädig anschaut. Nun, hier ist die Erklärung, die im Grunde da nicht explizit drinsteht, aber hier ist, wie ich erklären würde, was da eigentlich passiert. Und zwar ganz einfach. So ist im Grunde der ganze Opferkult entstanden, nicht nur im Volk Israel, sondern auch in anderen Religionen, dass Menschen im Grunde angefangen haben, ihrer Arbeit nachzugehen und manchmal haben sie festgestellt, sie sind erfolgreich in dem, was sie machen. Also sie bestellen den Acker und irgendwie dann wächst da einiges heraus und sie haben viele Früchte und andere Male stellen sie fest, oh, ich habe da irgendwie gesät und ich habe mich um den Acker bemüht, aber irgendwie passiert nicht so viel. Oder da fällt nicht so viel Regen vom Himmel oder die Sonne scheint nicht im rechten Winkel, deswegen wachsen meine Früchte nicht. Und dann haben Menschen, unabhängig von Glauben und Religion zunächst, angefangen zu überlegen, ja, wie mache ich das denn jetzt, dass meine Ernte fällt, obwohl ich hier gut arbeite, dass das auch irgendwie schöne Früchte trägt. Und so haben sie angefangen, weil sie gedacht haben, ja, irgendwie muss das ja mit da oben zusammenhängen, also irgendwie die Götter, die wachen irgendwie über uns, jetzt will ich irgendwas nehmen von meiner hart erarbeiteten Ernte und will sie im Grunde Gott oder den Göttern opfern, damit sie gnädig gestimmt werden und mir dann mehr Regen schenken oder mehr Sonne schenken, damit da mehr wächst. So ist im Grunde der Opferkult entstanden durch alle Religionen hindurch, Naturreligionen, dass Menschen angefangen haben, zu opfern, das zu bringen, was sie haben, um das irgendwie zu schlachten oder irgendwie auf ein Altar zu bringen, Feuerchen zu machen, um irgendwie Rauchopfer nach oben zu schicken, um da oben die Götter irgendwie gnädig zu stimmen, damit sie irgendwie wohlgesonnen nach unten blicken. Und so, als Männer des Altertums, Kain und Abel, haben das Gleiche gemacht. Menschen ihrer Geschichte, sie haben gesagt, oh, ich will erfolgreich sein und ich will, dass die Götter mir gnädig gestimmt sein und deswegen opfere ich etwas davon. Und aus dieser Handlung heraus haben sie dann festgestellt, und so würde ich diesen Text lesen, dass der eine festgestellt hat, oh, meine Ernte ist ja gut, ich habe viel Frucht. Und der andere hat festgestellt, oh, bei mir sieht es nicht so gut aus. Und in der Geschichte tatsächlich war es so, dass anscheinend Abel erfolgreich war und Abel war ein Schäfer, das heißt, er hat irgendwie viel Herde gehabt und weil er viel Herde gehabt hat, war für ihn ganz klar, als Mann des Altertums, Gott ist auf meiner Seite, Gott ist mir gnädig. Und kein hat weniger gehabt. Und er war nicht so erfolgreich. Da steht zwar das Gott, das nicht gnädig angeschaut hat, das Opfer des einen, aber ich würde behaupten, dass es die Sicht dieses Mannes war, der nicht erfolgreich bei seiner Arbeit war und auf einmal gesagt hat, Gott ist nicht auf meiner Seite, weil ich nicht so erfolgreich bin. Jetzt könnte man sagen, das ist ja ziemlich primitiv, wie die damals gedacht und gefühlt haben, aber wenn ich mal so Revue passieren lasse, was ich auch so schon von Menschen gehört habe, bei denen sich im Grunde Neid ausgebreitet hat, dann hat das doch tatsächlich immer wieder auch eine Komponente, wenn sie geistlich eingestimmt waren, irgendwie auch mit ihrem Glauben zu tun gehabt. Hier ist im Grunde das, was ich herausstreichen möchte oder herausarbeiten möchte aus dieser Geschichte. Denn die Geschichte geht natürlich so weiter, dass der eine den anderen umbringt, weil eben er neidisch war, dass Gott ihn gesegnet hat und sich selbst nicht gesegnet hat. Dass im Grunde, was hineinkommt, erstmal in diese zwischenmenschliche Beziehung tatsächlich auch eine vertikale Komponente zu Gott hat. Und das ist das Gefährliche an Neid. Neid ist eben nicht nur etwas zwischen zwei Menschen. Der eine ist sauer auf den anderen oder neidisch auf den anderen, weil der mehr oder weniger hat. Sondern Neid hat auch immer eine Komponente nach oben zu Gott hin. Neid hat immer eine Komponente nach oben hin zu Gott. Neid führt uns zu der Aussage, und so habe ich es zusammengefasst, Gott schuldet mir etwas. Gott schuldet mir was. Ich mühe mich hier ab, ich arbeite hart, ich versuche mein Bestes zu geben und jetzt bin ich nicht so erfolgreich. Gott, warum bin ich eigentlich nicht so erfolgreich wie der andere? Ich versuche das doch auch. Warum bekommt derjenige so eine tolle Partnerin ab und ich versuche seit Jahren auf allen Dating-Plattformen irgendwie alles abzugrasen und ich bin irgendwie nicht erfolgreich? Warum ist das eigentlich so, Gott? Warum hat der so eine tolle Freundin und ich nicht? Wir haben doch beide an der gleichen Uni studiert und ich war sogar im Examen besser als er. Warum verdient der heute eigentlich mehr Kohle als ich? Der war doch gar nicht so clever. Gott, warum ist das so, dass ich weniger verdiene als der? Merkt ihr, wie Neid nicht nur eine Komponente zwischen Menschen ist, sondern auch immer etwas mit unserer Beziehung zu Gott zu tun hat und sich da etwas einschleicht? Und das ist für mich im Grunde das Subtile am Neid. Ich habe vorhin gesagt, dass Neid im Grunde keiner läuft sich die Gegend und sagt, ich bin neidisch auf den anderen. Das ist die für mich ungebeichtetste Sünde, die wir so haben. Und doch schleicht sich da etwas ein in unserem Herzen, nicht nur gegenüber anderen Menschen, sondern auch gegenüber Gott. Gott, warum ist das eigentlich so? Dass der erfolgreicher ist als ich, dass der mehr hat als ich, dass der schönere Reisen machen kann als ich, dass der tolleres Essen auf dem Tisch hat als ich, dass der mehr Geld auf dem Konto hat als ich. Gott, du schuldest mir da was. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich jetzt im Rahmen dieses Gottesdienst so ein bisschen ertappt fühlt und der Sinn ist nicht, dass man sich ertappt fühlt vor der großen Menge und doch ist es ganz bestimmt Sinn, dass wir heute darüber nachdenken und dass jeder in sich selbst hineinschaut. Was ist da eigentlich das, was bei mir zu Neid führt? Ich möchte natürlich nicht schließen, indem ich das als ein offenes Problem schildere, sondern ich möchte im Grunde nun hinführen zu dem, was ich glaube, eine biblische Lösung ist, eine geistliche Lösung, mit Neid umzugehen. So, wie lösen wir unser Neidproblem? Erstens. Schüttet euer Herz vor Gott aus. Wenn ihr die Geschichte in Jakobus Kapitel 4 weiterlest, dann seht ihr, nachdem Jakobus im Grunde beschrieben hat, woher kommt der Streit, woher kommt der Neid, kommt aus dem Herzen heraus, dass er dann eine Anweisung gibt, dass wir tatsächlich hingehen zum Vater, zu unserem himmlischen Vater und ihm unser Herz ausschütten mit dem, wonach wir uns sehen. Und das klingt vielleicht erst mal ein bisschen merkwürdig, weil wieso sollten wir jetzt zu Gott gehen und ihm sagen, dass wir neidisch sind? Und doch ist das im Grunde die Empfehlung, die Jakobus gibt, könnt ihr in Ruhe nachlesen, dass er uns einlädt, dass wir im Grunde zu Gott kommen mit dieser ganz ehrlichen Einstellung, diesen ehrlichen Worten, Gott, ich spüre das so, ich fühle das so und ich merke, dass das immer im Herzen drin ist und ich möchte dir das einfach sagen, ich möchte dir das ausdrücken im Gebet und damit mein Herz vor dir ausschütten. Und er lädt sogar ein, Gott mit reinen Motiven danach zu fragen, dass er uns schenkt, was unser Herz gern haben möchte. So wir nicht ein Gebet sprechen und sagen, nimm das einfach nur weg, sondern Jakobus sogar uns einlädt, zu sagen, drück Gott gegenüber aus, was du gerne hättest. Frag ihn. Ihr bittet und empfangst nicht. Er sagt, ihr habt nichts, in Jakobus 4, Vers 2, ihr habt nichts, so sagt er, weil ihr nicht bittet. Ihr seid begierig und erlangt es nicht, ihr mordet und neigt und gewinnt es nicht, ihr streitet und kämpft und dann sagt er im nächsten Satz, ihr habt nichts, weil ihr nicht euren himmlischen Vater darum bittet. Dann im nächsten Vers erklärt er, wie wir auch mit falschen Motiven bitten können und so weiter. Aber erst mal ist es eine große Einladung, doch auch ganz offen und ehrlich vor Gott auszudrücken, das ist gerne, was ich hätte oder hier ist, wo ich gerne mit dir drüber reden möchte. Ich möchte, dass du mein Herz siehst und mein Herz erkennst. Das Zweite, das Zweite, was ich glaube, was wir tun können, um unser Neidproblem zu lösen, ist, den Erfolg der anderen zu feiern. Den Erfolg der anderen zu feiern. Es braucht eine Gewohnheit, um eine Gewohnheit zu verändern. Tatsächlich ist das im Grunde das, wo ich sagen würde, hier können wir konkret werden, hier können wir ganz praktisch werden. Wir können anfangen, uns tatsächlich darüber zu freuen, was der andere hat oder wer der andere ist. Und das ist nicht nur etwas, was wir so still in unserem Kämmerlein machen, sondern was wir tatsächlich anfangen dürfen und lernen dürfen, nach außen zu tragen, nämlich, dass wir anfangen, uns zu freuen darüber, dass andere etwas haben, was wir nicht haben. Es gibt diesen bekannten Vers, Epheser 4, Vers 28, wo Paulus darüber schreibt, das schreibt er über einen Dieb und zwar das folgende, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Paulus schreibt da an jemanden, der gesagt hat, wenn du gestohlen hast, hör auf zu stehlen und jetzt fang an, mit deinen Händen zu arbeiten und etwas Gutes zu machen, um den Bedürftigen davon abzugeben. Und dahinter steckt das geistliche Prinzip, dass wir nicht einfach nur als Ansage bekommen, hör auf, das Schlechte zu tun, was du bisher getan hast, sondern dreh das Schlechte im Grunde um und mach was Gutes daraus. Und genau in der gleichen Weise würde ich sagen, mit dem Neid, jetzt einfach nur euch zu sagen, hört auf, neidisch zu sein und dann versucht ihr das irgendwie und kriegt das nicht richtig hin, das wäre ein bisschen zu kurz gegriffen. Eine schlechte Gewohnheit muss man durch eine gute Gewohnheit ablösen. Und das wollen wir heute tun, indem wir ganz bewusst sagen, ich möchte heute feiern, dass andere Menschen mehr haben, als ich habe. Dass andere etwas besser können, als ich das kann. Und vielleicht haben einige von euch das schon entdeckt, hier auf euren Kinosesseln, nämlich, dass wir sogenannte Wimpel aufgebaut haben oder beziehungsweise euch zur Verfügung gestellt haben. Wir werden jetzt gleich zusammen, zum Abschluss dieses Gottesdienstes, miteinander das Abendmahl feiern. Und zum Abendmahl laden wir ja immer ein, nach vorne zu kommen. Wir haben hier Tische aufgebaut, werden gleich eine Einladung sprechen, werde ich nochmal sprechen, um nach vorne zu kommen zum Abendmahl. Aber heute, bevor wir das tun, wollen wir euch im Grunde einladen, euch diese Wimpel zu nehmen, und ihr solltet alle einen Stift irgendwo haben, wir machen gleich hier ein bisschen heller, dass wir uns alle gleich einen Augenblick nehmen und im Grunde auf diesen Wimpel etwas schreiben, was wir feiern wollen beim Anderen. Also, wenn du zum Beispiel neidisch bist auf den Matthias, weil er so einen schönen BMW fährt, dann kannst du jetzt auf den Wimpel schreiben, ich feiere, und dann musst du nicht Matthias draufschreiben, weil dann weiß der Matthias direkt, was Sache ist, sondern du kannst schreiben, ich feiere, dass jemand anderes einen schönen BMW hat. Und wir wollen hier gleich eine Schnur spannen hier vorne, dass wenn wir runterkommen zum Abendmahl, wer das machen möchte, das ist keine Verpflichtung, wer das machen möchte, dass wir einfach mit einer Wäscheklamme diese Wimpel hier aufhängen, und im Grunde, Wimpel sind ja zum Feiern da, die hängt man auf beim Geburtstag oder bei irgendwelchen Jubiläen, und man feiert. Wir feiern heute, dass Gott andere Menschen gesegnet hat und beschenkt. Wir feiern heute, dass andere tolle Urlaube haben, dass andere auch ein tolles Auto fahren, oder ein größeres Haus oder eine größere Wohnung haben, dass andere einen tollen Partner haben. Und ich lade euch wirklich ein, jetzt mal gerade hineinzuschauen, nicht einfach nur irgendwas zu schreiben, weil jeder findet ein Auto irgendwie schön, sondern schau wirklich auf das, was in deinem Herzen, was in deinem Herzen gefeiert werden muss, weil es mal raus muss, weil es mal gefeiert werden muss nach außen. Ich möchte jetzt zum Abschluss ein Gebet sprechen und euch dann gleich einladen, eine Minute der Stille zu nehmen und einfach darüber nachzudenken, was ihr da drauf schreibt und dann werde ich die Einladung zum Abendmahl aussprechen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für diesen Tag und für diese Stunde, die wir jetzt zusammen Gottesdienst gefeiert haben und feiern. Und ich danke dir, dass du uns durch dein Wort hindurch die Augen öffnest darüber, was Neid eigentlich macht in uns. Neid führt zu Streit. Neid führt zu Missgunst. Neid führt zu Zerbruch in Beziehungen. Neid führt dazu, dass unser Leben miserabel wird, weil wir es zulassen, dass es unser Leben vergiftet. Und wir sind heute hier als Kirche und als Menschen hier aus dem Rhein-Main-Gebiet und aus der Welt zusammen, um zu sagen, wir wollen das Neidproblem lösen. Wir wollen das Neidproblem in unserem Herzen lösen, indem wir es rausholen und indem wir auch unser Herz da vor dir ausdrücken und dir das bekennen und das erzählen und deswegen auch gleich unser persönliches Gebet sprechen und dann, dass wir es auch tatsächlich öffentlich machen und sagen, Herr, wir wollen lernen, was es heißt, sich zu freuen, dass du anderen Menschen was geschenkt hast, was wir nicht haben. Und so bete ich darum, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen jetzt führst und uns dahin führst, dass wir hier befreit rausgehen können aus diesem Gottesdienst. Befreit voller Leben, weil wir lernen, damit umzugehen, was in unserem Herzen ist. Amen.